Eleonore, du hübsche, wer warst du? Welche Rollen spieltest du? Die der Heldin vom Zeitgeist mitgerissen, die des vernachlässigten Mädchens, die der starken Jungfrau, die der Tochter eines preußischen Unteroffizier und Musiklehrers? Warst du ein Mann? Eleonore, wer warst du? Du, schwarze Gesellen, in der schwarzen Schar der Krieger färbtest deine Kleidung wie alle anderen schwarz, unter schwarz-weißer Flagge kämpfend. Erst später kam neben schwarz noch rot und gold. Eleonore, wohin gingst du? Zu kämpfen im Freichor mit 4000 Freiwilligen, vor allem mit Ausländern, den Bürgern deutscher Staaten, mit Tagelöhnern, Knechten, Arbeitern, Akademikern und Handwerkern. Du warst Flügelmann, drei Fuß, acht Zoll, drei Strich hoch. In Bremen, Sachsen, Dannenberg. Eleonore, wen hast du gekannt? Turnvater Jan, der auch im Freichor war? Theodor Körner oder den Dichter Josef von Eichendorff oder sogar den Kindergartenerfinder Friedrich Fröbel? Eleonore, dich und die Lützor haben alle benutzt. Ob Friedrich Engels, Kaiser Wilhelm II., Adolf Hitler oder Erich Honecker. Die Guten ins Töpfchen, die Schlechten. So heute noch. Hubschrauberstaffeln, Schlachtenkreuzer, Kasernen oder Schützenregimente. Eleonore, was machst du? Du spielst deine Rollen, schneiderst, kochst, wäschst, singst, schießt wie kein anderer. Empfangen hast du keinen Lohn. Deine derbe Sprache, du kriegst der Motten und stirbst. Eleonore, du starbst mit 28 Jahren durch zwei Schüsse. In den Oberkörper getroffen und die Unterschenkel zerschmettert. Unsägliche Schmerzen. Heldenhaft und mutig. Deine letzten Worte. Herr Leutnant, ich bin ein Mädchen. Herr Leutnant, ich bin ein Mädchen.